Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's click review. Wir sind bei Folge 195 und wir müssen immer noch tolle Dinge tun zum Beispiel nette Rockenstachel sammeln und das wird bestimmt wunderbar Musik Die haben wir schon gekippt da Und die Mit Not auch Leder. Die andere davon sind Pilze. In den Zahngamaschen gibt es die ja ähnlich. Das heißt, die kommt von auch Leder. Das finde ich sehr optimistisch. Und Leder ist immer gut. Aufpassen. Müssen ja nicht alles ändern hier. Aber ich glaube die Quest war, äh, unser Mippchen war voll. Da müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann noch töten. Wie das immer so ist. Dies, tötte das. Warte alles aus. Wir machen das schon, ja. Und das kann man leider nicht häuten. Ähm, Attacke. Mann, wir machen hier ein Agro-Duell. Da ist Dr. Boom. Wer sieht, hat er ganz schön viel Leben. Zwar im Gegensatz zu, äh, mittlerweile nicht mehr, aber für damals war das ziemlich viel. Nur weil es damals, ähm, noch keine, äh, Pückchen gab, hier, ähm, die man trainieren konnte, so Trainingspuppen, hat man da manchmal trainiert drin. Aber jetzt hier auf dem Server gibt es so Trainingspuppen in Schadrat. Zeitlang waren die Trainingspuppen, äh, immer verpackt, nicht nur auf den, ähm, Privatservern, sondern auch auf den offiziellen Servern. Das heißt, die haben dann manchmal zurückgeschlagen. Das war glaube ich jetzt vor kurzem, äh, vor kurzem ist gut, das war noch in, ich würde mal überlegen, äh, wie es er schon hieß, in der Garnision. Da hat er in den Namen, war glaube ich auch, dass ein Püppchen von denen zurückgeschlagen hatte. Man konnte ja eins teilen, eins tanken und eins quasi Schaden drauf machen. Für alles etwas. Das haben sie dann aber auch recht zügig gefixt. Und einmal hatte ich, ich weiß nicht, ob das auf dem offiziellen Server oder auf dem Privatserver, ich glaube auf dem Privatserver war es. Da ist das Püppchen nämlich hinter mir hergelaufen, hat mich nur gekillt und ist dann wieder zurückgelaufen. Das fand ich sehr uncool. Weil die Puppen sind ja dann je nachdem, auf was man schaden macht, so was Puppen. soo. Müssten Epics drin sind, aber nö, nix, nix ist dran. Ist wir da hinten auch schon hin? Ist der Stab glaube ich, ne? Ne, die Technologie der Nahrung. Da haben wir grad keinen Rochen finden, gehen wir mal hier gucken. Oh, die droppen diese Male des Agrias. Oh gut, die sind auch nicht verkehrt. Damals als Quell der Nass rauskam, mal die Insel. Und nach und nach die ganzen Dailies freigeschaltet wurden, musste man auch hier immer diese komischen Brief sammeln. Das weiß ich noch. Nicht jeden Tag. Und hier war alles sowas von überfarmt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hatte man Glück, wenn man dann irgendjemand, also irgendeinen NPC gefunden hat, damit man ein bisschen seinen Quester folgen konnte. Und so viele Leute, die damals als Quell der Nass aufgemacht worden ist, das war der Wahnsinn. Wirklich. Das war wirklich der Wahnsinn. So viel Andrang, dass, ähm, die Server sind zwar nicht abgestürzt, aber man konnte nichts machen. Nicht, falls es gehakt hat, sondern weil keine NPCs da waren, beziehungsweise keine Gegner. Das war schon krass. Das war wie Release. Irgendwas, äh, von, äh, einem Addon. Man konnte wirklich, ähm, den Boden kaum noch sehen, weil da so viele NPCs schlagen, die dann schon wieder respawned sind und wieder gekillt worden sind. Und dann aber von denen musste man sich dann immer in Acht nehmen, weil das waren Elite, je nachdem wie gut deine Ausrüstung war. Aber du konntest erst mit 70 aufs Insel. Hatte es echt ein Problem mit dem. Und den musstest du auf eine Quest, musste man den töten. Ich glaube, wir müssen hier gleich rein oder daneben. Bei der Theorie müssen wir nachher nochmal gehen. Die Siegel ist dann noch so eins. Na, jetzt sind aber die falschen. Die sind für die gegnerische Fraktion. Aber die kann man verkaufen, von daher kein Thema. So, bisschen trinken, kurz dort, zack, Flächen mit reinschmeißen, und essen wir mal Buff Food, geht's weiter. So, ich mag das, das ist so toll, manchmal als Jäger, nicht immer, aber manchmal. Oh, war keiner verlierend, oh, das bringt auch 1, 2 Gold, je nachdem die Rallye sind, sogar vielleicht 3, 4 Gold. Ja, genau, hier sind wir richtig. Da, da ist er. Ich würde sagen, bisschen aufpassen hier, wir können nicht alle pullen. Und wir können jetzt von Glück sagen, dass die nur Wutanfälle bekommen und nicht verklaufen und den Rest mitnehmen oder so. Gibt das auch zu genügend. So. Okay, das war nicht so gedacht. Ja, wie gesagt, zu Glück werden. Ich finde die nur Wutanfälle. Okay. So. Okay. Das war's hier. Das war's hier. Das war's hier. Das war's hier. Verdammt. Oh, wir müssen mal gucken, dass hier nichts anderes ist, dann können wir uns den immer schnappen. ganz gut. Wir müssen uns aufwachen. Wir müssen uns den guten Freunden aufpassen. Perfekt. Und? Wir müssen uns den guten Freunden aufpassen. Oh, was haben wir hier? Finger. Uh, mal gucken, ob das gut ist. 103 Item. Joa, obwohl da ist noch viel mit drauf. Was beim Anlegen gewunden? Oh ja, kann man dann zur Not noch verkaufen. Immer positiv sehen. Nicht mal schlecht. Wie gesagt, wenn man halt als Jäger ist und das pettert, dann ist man für NPCs ziemlich schwierig. Und je nachdem, wie gut man spielen kann, auch für Mitspieler ziemlich schwierig zu töten. So, jetzt kommen wir da, die Questopla abgeben. Können wir gleich mal gucken, ob noch ein paar Netterrochen respawned sind, dann können wir uns die noch holen. Die NaRu haben uns nicht vergessen. Sehr gut. Wer möchte, wer ist hier? Zugangsristallfall. Und ich glaube, da müssen wir... Auch... Oder ist das das? Ist das das hier? Wie heißt das denn? Ne, nicht hier müssen wir hin. Da können wir dann auch Rufe abgeben. Also die Dinger sind auch noch verruft. Die droppen aber überall... Äh, ne, weil... Die sehen auch so aus wie vom Konsortium, die Dinger. Also die Gegner. Und da droppt das fast überall. Wie das so ist mit den Dropsachen. So ähnlich wie mit den, ähm... makellosen Weißzähnen. Wie gesagt, Rufe ist immer alles bei World of Warcraft. Das haben wir immer noch so. Das haben wir noch so, was... Ruff, ruff, ruff. Das war überall. Oh, das war super. Oh, als offens�ающig! Was ist das, war私? Problem ist, wenn man den türen kann, aber muss nicht sein, dass da irgendwas drin ist für uns, wie ihr seht, aber ihr kennt das ja drüber, mittlerweile, und wir können gucken, ob wir Sachen herstellen können, Anfall, zuck, dann schlagen wir dann hier in der Tasche gleich 80, ja, da müssten wir die Theorie wieder gut herstellen können, mal weiter, vorankommen, 12, ja, ob es da bis hier Runenfarben gibt, gute Frage, gute Frage, tja, hier gibt es noch nicht mal Verkäufer dran, aber ich würde sagen, gucken, das gucken wir in der nächsten Folge, wenn es wieder ist, let's play WoW in der Burning Crusade, und ich würde sagen, auf Wiedergesehen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst hier, und auf Wiedergesehen.